Hallo zusammen, mein Name ist Jan Sievers. Am 14.10. erscheint mein neues Album Neue Heimat und für alle, die gerne die neuen Songs vorab hören möchten, aber bisher nicht die Chance hatten, mich live zu sehen, die können das jetzt tun. Das ist eure Chance, denn am kommenden Samstag spiele ich ein Wohnzimmerkonzert bei Song of My Life. Ich freue mich tierisch drauf und das Ganze wird per Livestream ins Netz übertragen. Auf MUX TV oder auf meiner Facebook-Seite könnt ihr das sehen. Es werden viele neue Songs dabei sein vom neuen Album, ein paar alte natürlich auch und es werden vor allen Dingen zwei Songs dabei sein, die ich noch nie vorher gespielt habe. Ich freue mich sehr darauf. Und was wird noch dabei sein? Es werden viele großartige Musiker dabei sein und ich habe noch was vergessen. Das Beste zum Schluss. 15 von euch können live vor Ort dabei sein bei den Wohnzimmerkonzert. Intim, ganz nah und vor allen Dingen auch umsonst. Alles was ihr dafür tun müsst, ist unter diesen Post schreiben, dass ihr gerne dabei sein möchtet und dann treten wir mit euch in Kontakt. Also wir sehen uns so oder so am kommenden Samstag. Ich freue mich auf euch.